hallo und herzlich willkommen zurück zu unexplored wir werden diesmal diese ebene erkunden und hoffentlich auch noch etwas weiter kommen weil es ist ja auch erst ebene 3 von daher jeden fall sieht das hier schon recht interessant aus ja ich schaue erst mal oben warum nicht da liegt auch schon mal eine ration das finde ich schon mal super aber mehr ist ja auch nicht wieder jede menge blogs unterwegs ja teilt euch bitte noch mehr die wache schläft da gott sei dank jetzt nicht mehr habe ich noch was ja ich habe die ration das hat mich auch schon wieder viel zu viel hier gekostet aber wenn ich die schon gerade mal hier erledigt habe dann schaue ich mich doch hier auch schon mal um warum denn nicht vielleicht ist hier ja irgendwas nettes bei identify schrift roller ein heiltrank ja remove curse auch nicht schlecht identify was haben wir denn hier noch den sperr und den trank aber jetzt für ein sperr die zu benutzen ich glaube das ist nicht so eine gute idee hätte ich da vielleicht mehrere von dann würde ich vielleicht sagen ja okay aber so nicht nee 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 was haben wir hier kiste blatt mal denn hier hin was wieso weil ich gegen die wand geprallt bin oder warum das ist doch wohl jetzt ein witz um schon kann doch nicht wahr sein jetzt kommt da wieder so ein typ an der wird auch nicht nach hinten geschleudert gut zu wissen aber die stacheln lasse ich erstmal da links liegen schaue mich erstmal hier auf der rechten seite etwas um da geht es hoch ja ich könnte jetzt hoch gehen aber jetzt will ich nicht mehr jetzt ist vorbei hier da liegt eine portion warte mal kurz darauf dass die stacheln da wieder rauskommt ich lauf natürlich dann drüber wenn nee 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 ich hab schon was machst du denn recharge na das ist ja nett ich nehme jetzt doch hier wo war sie denn da identify running plus one 50 prozent krit chance ja aber leider sehr langsam ich bin mir noch nicht so ganz sicher ich sollte vielleicht erst mal moment ja also so kann ich das nicht machen aber ich nehme trotzdem jetzt den bogen vielleicht treffe ich ja was mit dem potion so was haben wir hallo ich warte oh das könnte zu spät gewesen sein oh das war knapp das war echt knapp wow ja so langsam gehen mir die optionen aus und deswegen nehme ich jetzt erstmal den heiltrank vorsichtshalb acht das war nur so normaler ok nee darunter will ich nicht large pools ebene 6 schon das ging ja geht ja mal wieder ratzfatz hier also kann es nicht mehr so lange dauern bis ich wieder tot bin oh nee äh wasser jede menge wasser ja was mich noch verbrennt na super hallo würde gerne raum doch wohl aua ein witz verdammt das das kann nicht wahr sein also irgendwie entweder cookie schief oder irgendwie habe ich das mit dem bogen noch nicht so verstanden so was haben wir denn hier ein skill stone und ein büchlein ja der große great white worm auf ebene 7 ja toll aber ich hab da so meine zweifel dass ich überhaupt da hinkommen werde aber hier noch was ja secret hall roll of darkness lesen aber das hat bei mir momentan nicht priorität priorität hat überleben wie viele feile habe ich denn noch hier 13 alles klar äh dann möchte ich doch gerne mal ja ich suche die ganze zeit schon hier die fackel und tatsache da haben wir einen durchgang das ist schon mal nett noch ein buch haben wir hier secret hall ja das ist für mich momentan alles nicht so interessant interessant wäre es mal wieder hier irgendwie was zu finden das mir leben gibt aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt bei dem spiel hier so das war vorhersehbar dass hier noch ein raum ist was haben wir hier im kurs zweimal light ich habe noch einen schlüssel aber der war glaube ich nicht für die etage oder die frage weiß ich jetzt nicht durch den hier aufgesammelt nein paar ebene drüber von daher warum warum zur hölle warum es gibt es nicht ja ein lebenspunkt hey super das kann ja nur gut gehen so ein oller schädel was war das denn jetzt levitation das ist so nutzlos da war auch nichts weiter das ist jetzt wirklich nichts mehr ich habe wasser super mal wieder ein skill stone ich kann nichts upgraden so ein käse ich nehme jetzt doch mal so die kombination aber da braucht man stärke 14 für das ist schon wieder sehr doof irgendwie und ich habe auch kein anderes schild dann nehme ich noch hier den dolch achtung tot ich komme ja genau danke leute wow ja ja das war zu erwarten das hat mich jetzt auch nicht großartig überrascht euch vermutlich sowieso nicht aber ja was soll ich dazu sagen das war nicht dem war nicht zu entgehen bleiben wir beim abenteurer ich kaufe mal eine ration lockpick bisschen bier ja und den tipp kennen wir schon ich musste gerade mal husten ich hatte da so ein kratzen im hals a warm welcome wieder auf level 1 ich nenne das glaube ich jetzt immer level anstatt ebene so ameisenvieh ich wollte gerade spinne sagen so aus gewohnheit aber ne aber das sieht auch wieder sehr verdächtig aus von daher mache ich hier einfach mal die tür auf und was finden wir hier einen ring ok der ist er hat irgendwo hat irgendeine verzauberung aber keine ahnung welche deswegen gehe ich den auch nicht an sondern warte darauf dass ich eine schriftrolle finde um den zu identifizieren in letzter zeit ist es echt so jedes mal wenn ich an exploit starte und schlüssel da kommt eine nachricht es gab ein update ich komme da nicht mehr hinterher was die updates angeht gibt momentan wieder extrem viele patches und so da geht es runter ja könnte ja auch ein dolch werfen aber da ist noch eine kiste ja ja ok doch lieber besser da gibt es ja zwei von kackel bitte einmal und dann schauen wir mal schauen wir doch mal was es hier so gibt gibt es denn hier hm nicht viel hier ist noch eine vase ist hier irgendwas tolles drin heiltrank ja doch hat sich gelohnt würde ich sagen das war ganz gut the whisper bring caverns the blaze level 2 was haben wir ist das einfach nur so eine vase oder ist das was ist das kann ich nicht sehen ach das ist so ein ventilator ding jetzt ok oh da brennt es schon bis jetzt finde ich diese ebene hier extrem unsympathisch moment der schlüssel war war ja nicht für die tür weil es ja für die ebene drunter aber wenn ich da einen schlüssel gefunden habe und ich da alles abgesucht habe dann muss noch irgendwo was sein aber ich quetsche mich hier mal weiter durch jede menge olle geschütztürme Oh, wow, 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 wow Wow, lauf Oh, nee Verschlossen Danke Nein Oh, nein Oh, nein, 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 nein Lauf Zickzack laufen Da war Oh, nee Das ist hier extrem unsympathisch Aua Haben die denn alle Pfeile, oder was? Da ist eine Kiste Oh, ja alles klar genau genau lasst alles brennen mann 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 das wieder auswechseln da ist eine kiste ich hoffe da ist irgendwas tolles in der kiste neil trank zumindest würde gerne weiter mag dieses diesen level nicht so jetzt stellt sich nur die frage wo geht es hier denn jetzt weiter ist verschlossen ja schön nein die weg mit dem feuer ich verzichte ein interesse hier unten aber da liegt noch was da liegt noch so ein taubertrank hier unten geht es weiter ist das echt das ist echt bloß weg weg und weiter jetzt kommt bitte was anderes ja wieder so eine rolle ameise damit kann ich absolut leben wir sehen ja auch schon so kann ich gar nicht anzünden ok das hatte ich auch noch nicht ein helm ja komm gib mir ein helm braucht möglichst starke eine möglichst starke panzer um das ist mit euch hier nein gut dann mal nicht weiter ok das ist jetzt ja was soll ich dazu sagen ich denn hier irgendwas ich hätte hier noch ja ich schmeiße jetzt mal die portion kein effekt oder sollte ich die vielleicht lieber nehmen ihr könnt ja die cent bei sein ach ich nehme die jetzt kommen was soll es hat soll es wie schlimm kann es schon werden resist fire ja das kommt ein bisschen spät aber immerhin und was haben wir hier stärke ja ist auch ok aber auch nicht wirklich das was ich jetzt unbedingt haben wollte ich stehe jetzt nämlich hier und frag mich wo es hier weitergeht normalerweise kann ich doch hier immer die entzünden das irritiert mich ganz schön dass das nicht funktioniert jetzt sagt nicht ich muss nochmal da wieder hoch das ist ja das ist ja total unspaßig ja ok ich bin nicht begeistert hör auf da zu schießen da war eine kiste ja immunität gerne so hier runter dann gibt es keinen weg ich könnte da nach oben aber da war ich schon also werde ich jetzt aber genau genau ich werde jetzt aber hier ist auch nichts weiter auch kommt schon ja genau lass mich erblinden damit ich mir das elend hier nicht mehr ansehen muss ich wollte schon aber sagen aber da war ja nichts so ich komme jetzt hier unten nicht durch richtig richtig okay das ist schon wieder ziemlich blöd hier alles nicht nur ist dieser level extrem doof bin mir eigentlich relativ sicher ja ja eigentlich relativ sicher genau dass ich da eigentlich die treppe runter muss aber da geht es ja nicht weiter und was sagt mir das Aua 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 ja komm lass mich sterben wenn schon ich schau nochmal hier eben so das war es dann mit den Heiltränken Eieieieiei das gefällt mir ja überhaupt nicht hier was soll das hier komme ich auch nicht rein ja hm was tun kann hier mal resist Feier nehmen Feuer ein bisschen zu widerstehen aber die schießen ja mit Pfeilen Aua 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 wow nein schieß nicht lass mich glaub wir vergessen das was hier eben passiert ist in den letzten 10 Minuten und richten unser Augenmerk auf das nächste Video was definitiv kommen wird ich hoffe euch hat das Video gefallen ihr habt euch bestimmt amüsiert wenn ja dann gibt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und bis bald